Man kann viel, viel, viel mobilisieren, vor allem die ganze Online-Geschichte mitmachen, mithalten, mitschauen, alle fiebern mit. Es ist wirklich genial. Es lohnt sich. Best of Swiss Gastro ist sozusagen wie ein Sprungbrett auf dem nächsten Level. Vor allem eben gerade in der Schweizer Gastronomie. Wir reden immer über Österreich, die sind mega nett, aber wir sind es auch. Es gibt mega gute Betriebe und wir in der Schweiz bringen es genauso. Einfach wirklich, sind freundlich. Das ist unsere Botschaft, oder? Freundlich. Machen Sie es so, wie Sie es gerne selber hätten. Genau so und nicht anders.